Hallo und herzlich willkommen zur niegellageneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmkritiken und Serienkritiken und eine Menge andere Dinge, die im Regelfall sehr unterhaltsam sind. Wir beginnen mit der Besprechung einer Serie mit ganz kurzen Folgen. Die Rede ist von Inside Pixar. Die läuft nämlich aktuell bei Disney+. Wir hatten die Gelegenheit, vorab reinzuschauen und wir sind in dem Fall Dom und Patrick, die diese Gelegenheit genutzt haben und hier ausgiebig über Inside Pixar, beziehungsweise ich glaube die ersten zwei Folgen. Keine Ahnung, kann sein, dass Patrick auch schon mehr gesehen hat. Ja, für euch sprechen ist letztlich ein Ersteindruck zu etwas, das man sich echt mal geben kann, wenn man Pixar-Fan ist. Es folgt die Besprechung des Films Swallow, der bereits vor einiger Zeit in den US-amerikanischen Kinos lief und jetzt bei uns hier im Heimkino aufschlägt, dass du und ich, wir hatten die Gelegenheit, den Film vorab zu sehen und für euch zu besprechen. Ist es ein Horrorfilm? Ist es ein Thriller? Oder ist es einfach nur Creepy Shit? Wir werden es für euch erläutern. Und es folgt die Besprechung des Films Hoax, ein Vertreter der Filme von Tiberius-Film. Man könnte meinen, ein Horrorfilm, ob es das ist oder nicht, erörtern. In dem Fall Till und Torben für euch, die den Film für euch besprochen haben. Ja, Leute, lasst's krachen. Viel Spaß. Ich freue mich auf Feedback. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Inside Pixar heißt eine Kurzdokumentationsreihe, die seit dem 13. November auf Disney Plus zu sehen ist. Ein Freitag der 13. Was könnte man sich Besseres aussuchen, um Pixar-Kurzdokus auf Disney Plus herauszufeuern? Wir haben uns das Ganze angesehen. Und wer sind wir? Ich, Dom und Patrick. Hi. Hi. Oder Patrick. Ah, verdammt Patrick. Egal. Running Gag hier. So. Ja, wir haben uns das Ganze angesehen. Ich hab leider nur zwei von fünf Folgen gesehen. Du inzwischen alles, weil ich nur die Presse-Screener hatte und du Disney Plus hast. Richtig. Aber ja, worum geht's hier? Im Prinzip greift sich hier Pixar verschiedenste Leute raus aus dem, ja, halt angestellten Star-Pool, was auch immer. Die dann halt mal eben so ein bisschen erzählen, was sie so machen. Also was so ihre Tätigkeiten sind. Gar nicht mal so, was sie vorher gemacht haben. Vielleicht auch interessiert, wie sie überhaupt zu Pixar gekommen sind. Ja, das ist so im Prinzip das, was man hier sieht. Und das sind immer so zehn Minuten Häppchen. Also das muss man sich halt vorstellen wie so Featuredts auf einer DVD beim Bonus-Material oder so, ne? Joa. Geht nicht in die Tiefe, aber es ist nett anzusehen. Genau. Also insgesamt sind's fünf Episoden. Also ja, wirklich so zehn Minuten. Und das Ganze ist auch schon ein bisschen natürlich eine kleine Werbeveranstaltung für Soul, ne? Den kommenden Pixar-Film, der ja nur auf Disney Plus erscheinen wird inzwischen. Äh, leider. Ja, auf den ich mich sehr freue. Ich hab vorhin noch mal den Trailer gesehen und meine Güte, sieht der großartig aus. Und die Stimmen aus den USA, die sind ja ähnlich wie bei Alles steht Kopf und das ist ja auch derselbe Regisseur. Und ähnliche Prämisse auch. Also das kann eigentlich nur großartig werden. Ich muss dazu sagen, ich hab Onward noch nicht gesehen. Werde ich vielleicht jetzt sogar mal nachholen, dann werde ich mir doch vielleicht mal Disney Plus holen für ein, zwei Monate jetzt. Aber das ist schon wirklich schade, dass der nicht ins Kino kommt, weil ich war deutlich gespannter auf den als auf Onward. Und deshalb glaube ich, dass uns da wirklich was richtig, richtig Tolles erwartet mit. Ich glaub auch, dass uns da wahrscheinlich wieder so ein neuer Klassiker ins Haus steht. Ja, ja. Ja, also das riecht halt alles schon sowas von nach Alles steht Kopf und Alles steht Kopf. Also Inside Out ist für mich vermutlich mit der beste Pixar-Film. Neben Ratatouille. Neben Ratatouille und neben oben vielleicht noch. Aber gut. Ja, Soul ist, glaub ich, dann eben wirklich auch ein guter Anknüpfpunkt, weil in der ersten Dokumentation sehen wir den Co-Autoren von Soul. Camp Powers. Camp Powers, genau. Ein, soweit ich weiß, eigentlich eher ein Journalist. Mhm. Den ist jetzt eigentlich, ich weiß gar nicht, hat der eigentlich wirklich erzählt, wie es ihn zu Pixar verschlagen hat? Wir haben das beide gesehen, ich bin mir nicht sicher, aber man hat sich natürlich besondere Leute rausgesucht, die ein bisschen aus dem Raster fallen und nicht die typische Arbeitsklasse repräsentieren, sondern auch eben eine bunte Vielfalt. Mhm. Und er erzählt, dass er da am Anfang noch nach Drehbuch vorgehen wollte und dann hat er gemerkt, je mehr er da ins Persönliche gegangen ist, desto mehr hatte das auch seinen Stempel. Deswegen ist er am Schluss ganz stolz drauf, was da wohl bei Soul entstanden ist. Und von dieser Art Story haben wir hier in der Doku-Reihe ein paar, auch der Macher von Inside Out gibt dann so ein paar Anekdoten von sich, dass da auch viel von seiner Persönlichkeit mit eingeflossen ist. Ja. Das ist für mich immer so dieser Punkt, der Pixar etwas über die normalen standardisierten Disney-Animationsfilme hinaus hebt. Man merkt das an, dass da so eine persönlichere Note dabei ist. Ja, das merkt man sehr, vor allem jetzt Cam Powers, sehe ich jetzt gerade, also der hat nicht nur das Drehbuch geschrieben, sondern tatsächlich auch die Co-Regie zusammen mit Pete Docter, der ja Monster AG oben und auch eben alle steht Kopf gedreht hat. Vielleicht sogar mit der Beste bei Pixar ist und dieser Cam Powers, ja, ist halt eben, also es ist ein Afroamerikaner, ne? Durch ihn ist dann wahrscheinlich auch schon so eine gewisse Note reingekommen und man merkt das wohl auch, also ich bin wahnsinnig gespannt auf den, ach, das ist als ob du so einen Teaser für diesen Film siehst und den einfach nicht sehen darfst. Ja. Wären auch schon so Szenen aus Soul gezeigt, so ein bisschen, wie man das kennt, vor allem in der afroamerikanischen Community, so ein Barbershop. Dann erzählt er eben auch, wie er da Inspirationen herbezogen hat und was das eben für ihn auch so ausdrückt, auch innerhalb der Black-Community in den USA. Ist eigentlich alles ganz schön und ja, man merkt eben, dass das sehr divers ist und ich bin wirklich gespannt, was der Film durch seine Beteiligung dann auch so für eine persönliche Note tatsächlich kriegen wird. Ich bin auch wirklich gespannt, wie viel da der Soul-Einfluss dann auch ins Gesamtbild reinspielt. Ich meine, wir befinden uns ja auch da wieder mal im Jenseits und ob du da das dann noch beibehalten kannst oder wie man das da beibehalten kann, sagen wir es so, würde mich dann auch interessieren. Ja, es bleibt abzuwarten. Weil diese Seelenfragmente, die dann da rumschweben, die sind ja alle eigentlich relativ farblos. Jaja, das hat sowas, das fiel mir auch schon auf, also ich hab auch den Eindruck, dass Diversität und sowas durchaus eine Rolle spielen wird in diesem Film, auf den ich so wahnsinnig gespannt bin und ich werde alle Hebel in Bewegung setzen, dass ich bei der Besprechung beim Tele-Stammtisch dabei bin hier, weil ich bin wirklich großer, großer, großer Pixar-Fan, kann ich nur noch mal betonen. Also meine allererste Besprechung beim Tele-Stammtisch war tatsächlich zu, die unglaublichen zwei, also auch im Pixar-Film. Bei mir war es so das Piria, das Remake. Was auch immer das über uns aussagt. Was auch immer das über uns aussagt, genau. Wen haben wir denn hier noch? Wir haben noch eine, ja, ja so wirklich aus dem Character-Development, hab ich das Gefühl. Äh, diese Dame wirkt auch sehr eigen, also die sieht so ein bisschen aus wie, äh, eine Hausfrau der 50er Jahre und erinnerte mich nicht nur durch ihre Haarfarbe, erinnerte die mich sehr an diese Eni-Schlag-mich-Tot, die man ständig bei das große Promi-Backen oder so sehen kann. Ach, die hier, die Ex-Viva-Moderatorin. Genau, von, von, von der hat die irgendwie sehr viel und sie erzählt dann ja auch, wo sie ihre Inspiration herbezogen hat, wo sie schon überall da mitgearbeitet hat, also nicht nur an Soul, sondern zum Beispiel, sie hat irgendwie Nebencharaktere von, von diesen anderen Superhelden beispielsweise eben aus den unglaublichen zwei entworfen. Und, äh, ja, also das Ganze geht jetzt nicht mehr, weiß ich, in die Tiefe, aber es ist doch eigentlich ganz schön gemacht. Sie zeigt, dass sie so ein bisschen mit die Modeschöpferin von diesen ganzen Pixar-Filmen ist, also sie ist quasi die Edna von Pixar. Ja, sie ist, sie ist sehr modebewusst und sie hat eben viele, viele dieser, dieser Charaktere designt, also in dem zweiten Unglaublichen gibt's da so eine ganze, ganze Horde an, an Superhelden und da hat sie irgendwie, da sagt sie ja auch, ja, ich überleg erstmal grundsätzliches Kostümdesign und wie könnte, wie, 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 wie könnte das dann zum Beispiel so ein, so ein Superhelden-Vibe oder Kniff kriegen? Und sie sagt dann auch, dass sie es wahnsinnig interessant findet, wenn sie irgendwie ins Café geht oder so, dass sie da irgendwie auch Leute beobachtet und eigentlich ihre Inspiration überall herausziehen kann. Also sie sagt so an einer Stelle wirklich nahezu alles, was um einen herum ist und was in unserem Alltag ist, kann auf die eine oder andere Weise inspirierend sein. Auch wenn da mal aufgezeigt wird, dass es auch mal so Stellen gibt, wo sie halt eben, naja, von einem leeren Blatt Papier sitzt und so, ne? Wir haben hier dann auch wieder dieses Pixar akzeptiert, die unterschiedlichsten Leute, weil sie sagt, am Anfang war sie halt echt das graue Mauerblümchen. Irgendwann hat sie sich so ihren extra schrillen Stil angeeignet und seitdem fühlt sie sich auch wie sie selbst. Ja, das ist generell einfach schön, wie hier auch die Diversität nochmal einfach betont wird bei Pixar. Also man sieht dann ja auch irgendwie kurz die Crew irgendwie auch mal arbeiten an Konzepten mit dem Regisseur und so weiter und da sitzen halt wirklich die unterschiedlichsten Ethnien. Und das gibt dem Ganzen was sehr, also auch wenn das im Hinblick auf Disney vielleicht auch manchmal so ein bisschen fadenscheinig wirken mag, bei Pixar hat das nochmal eine gewisse eigene Stimme, finde ich. Auch in den Filmen kommt das durch. Ne, zum Beispiel auch sowas wie dieser Kurzfilm Bao, vor die Unglaublichen, dieser Kurzfilm Bao, der ja auch, glaube ich, von einer Asiatin gedreht wurde. Ja, oder wenn wir überlegen, was Disney zum Beispiel in Star Wars Oslo gemacht hat und wie sie schnell diesen 30 Sekunden Lesbenkuss da untergebracht haben, sodass man es schnell für den japanischen Markt rausschneiden kann. Ja, oder auch für andere Länder, die da halt, ach ja gut, das ist halt. Das ist halt dieses Scheinheilige. Das ist halt dieses Disney-Kalkül, aber das, ich muss sagen, also das Problem ist bei solchen Disney-Dokus, die wirken halt immer sehr so, ja, schön wettermäßig. Und das kann man hier vielleicht auch kritisieren, aber das ist so schön kompakt und teilweise auch sehr persönlich. Auch wenn dieser Cam Powers an einer Stelle sagt, ja normalerweise abseits jetzt von Pixar oder was würde ich das irgendwie gar nicht zulassen, dass man jetzt irgendwie auch hier in meinem Eigenheim mich filmt und so weiter. Aber das hat doch irgendwie eine ganz, ganz nette Note und das, die Doku, die schwankt so ein bisschen so zwischen wirklich ernsthafter Doku und diesem typischen Promo-Gequatsche. Ja. Aber da bekommt sie, also da gibt's schlimmere Beiträge in der Hinsicht, beziehungsweise unehrlichere. Vor allem, es sind ja halt wirklich nur so zehn Minuten Ausschnitte. Ja klar. Und von daher ist das verkraftbar. Wir haben dann auch zum Beispiel Steven Hunter, der hat dann diesen Animationsfilm Out gemacht. Da geht's darum, dass ein homosexuelles Pärchen Besuch von den Eltern bekommt und er ist vor seinen Eltern noch nicht geoutet und dann geht sein Geist in seinen Hund und er muss dann feststellen, dass er irgendwie Lust hat, sich vor seinen Eltern zu outen. Also dadurch, dass er bei die Perspektive wechselt, der Hund switcht den Geist mit ihm und er sieht dann, dass er selber sich quasi nicht besser anstellen würde und dann dadurch den Mut findet, sich zu outen. Ja. Ja, da ist ja auch, der wurde auch schon bei, eben bei dieser Konzeptdesignerin wurde der auch schon angedeutet, das kommt ja nächstes Jahr im Sommer oder zumindest soll er rauskommen. Ja, vielleicht könnt ihr auch bei Disney Plus landen. Da kommt ja tatsächlich ein Film namens Luca, der auch von einem Italiener ist und der, der ja schon, also da ist ja noch nicht so viel drüber bekannt, aber der wird tatsächlich schon so wirklich so als Pixars Variante von Call Me By Your Name bezeichnet. Oh. Na? Und da kann man sehr gespannt sein. Generell, also haben sie dann ja auch gezeigt, wie sie da irgendwie wirklich an der italienischen Riviera waren und wie sie sich da haben inspirieren lassen. Ja, ich weiß nicht, möchtest du noch kurz was zu den anderen sagen, weil ich, ich hab ja die anderen drei nicht gesehen, das vielleicht nochmal kurz umreißen, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende, weil so wahnsinnig viel kann man da jetzt eigentlich nicht sagen. Nee, wir haben hier zum Beispiel noch Jessica Haidt, die ist dafür verantwortlich, dass die Dialoge richtig funktionieren und das schreibt man hier tatsächlich so auf Disney Plus, sie sorgt mit einem Software-Tool für Gender-Gerechtigkeit. Also, dass die Klischeehaftigkeit, diese klischeehaften Gender-Rollen so ein bisschen 50-50 durchbrochen werden. Also ist hier eine Gender-Beauftragte, kann man wirklich schon sagen. Genau. Okay. Eine, die dafür sorgt, dass die Dialoge sitzen und Gender-Beauftragte. Und dann haben wir Dan Scanlon, der hat bei Onward mitgewirkt. Ja, der hat, der hat Regie geführt bei Onward und die Monster-Uni. Die Monster-Uni war sein Regie-Debüt und Onward hat er tatsächlich komplett allein geschrieben. Das war auch ein Herzensprojekt gewesen. Mhm, das merkt man auch, nachdem man den Film gesehen hat, weiß man vielleicht auch Onward mehr zu schätzen. Sein Vater ist gestorben, als er ein Jahr alt war und deswegen hat er ihn nie groß vermisst, aber er hat sich dann irgendwann gefragt, was wäre, wenn er seinen Vater für einen Tag sehen könnte. Mhm. Und aus dieser Idee ist dann die Idee für Onward zustande gekommen und auch dieses Verhältnis mit seinem Bruder, das wurde so fast eins zu eins übernommen. Ja, passt das ja auch gerade eigentlich dann sehr gut, dass Onward jetzt, ja, da ist vielleicht auch ein bisschen Kalkül, ne? War rein zufällig. Natürlich ist es Kalkül. Rein zufällig erscheint Onward jetzt gerade bei Disney+. Und rein zufällig erscheint diese Doku-Reihe an dem Tag, an dem in die neue Mandalorian-Folge erscheint, dass man da auch vielleicht dran hängen bleibt. Eben. Und auch Soul ist ja auch nicht mehr weit und wird jetzt einfach nur exklusiver Disney-Plus-Siedler. Also da ist schon ein bisschen Kalkül hinter, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Onward werde ich mir so oder so noch angucken, den habe ich ja nicht gesehen. Der ist ja durch Corona auch wirklich völlig untergegangen. Natürlich. Ja, kommen wir mal vielleicht zu einem Fazit, wenn du nichts mehr hast zu den anderen. Also ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass ich diese drei anderen nicht sehen konnte, weil ich eben nur den Pressezugang hatte und kein Disney-Plus habe. Vielleicht haben sie mich jetzt also mit ihrem Kalkül gekriegt, weil ich mir Onward noch ansehen möchte. Und ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Wird es so anfangen? Dann, weiß ich nicht, vergeben wir hüpfende Lampen. Ja, ganz kann man sich nicht dem Eindruck verwehren, dass man hier Disney diverser aussehen lassen will, als es ist. Aber für mich ist Pixar und Disney, das ist trotzdem nochmal eine Abstufung. Für mich ist Pixar trotzdem die stärkere Firma. Und dadurch, dass diese Filmchen nur so 10 bis 15 Minuten gehen, höchstens tut das auch nicht so weh. Also wenn man Pixar mag, kann man da gerne reinschauen. Ja. Aber ich habe halt auch den Eindruck, das hättest du auch auf der DVD als Bonus-Material unterbringen können. Aber ja, es sind nette Filmchen, kann man sich ansehen. Ja, man wird ordentlich geteasert für Soul, ja. Hat natürlich geteasert für Soul, aber wegen diesem Werbecharakter sage ich einfach, es ist 3 von 5. Ja, ja. Mehr kann ich wegen diesem Werbecharakter dann auch nicht vergeben, aber es tut nicht weh. Nö, es hat durchaus was Herzliches, sehr Kurzweiliges, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Wenn man sich für Pixar interessiert und auch vielleicht so ein bisschen für die Leute dahinter, dann kann man sich das durchaus ansehen. Und wenn man so oder so Disney Plus hat, dann warum nicht? Also es stimmt schon, es ist wirklich sowas, was eigentlich auf der DVD irgendwie landen würde. Aber ja gut, wer weiß, ob Soul überhaupt jemals in den Handel kommt. Wobei sie da ja schon dazugelernt haben, weil der Film wird ja anders als Mulan keine Zusatzkosten veranschlagen und wohl um die Weihnachtszeit auftauchen bei Disney Plus. Und da werde ich mich dann wohl auch mal breitschlagen lassen, weil ich mich wirklich freue auf diesen Film. Gut, dann... Ja, ich habe auch Bock. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir mit dieser Vorfreude jetzt auch hier raus. Patrick, herzlichen Dank. Wenn ihr möchtet, schaut euch die Serie an Inside Pixar. Tut nicht weh, macht Spaß, ist sehr, sehr kurzweilig und für Pixar-Fans durchaus sehenswert. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Swallow, der schon irgendwo im letzten Jahr auch in das ein oder andere Kino kam. Jetzt wird er ganz aktuell am 26. November endlich auch fürs deutsche Heimkino erscheinen. Ja, Swallow, das ist ein Film, den wollte ich nicht alleine besprechen. Ich grüße herzlich den Schluckspecht des Tele-Stammtisch. Moinsens du. Hallo und ich verknall für mir wirklich sämtliche Witze zum Thema Schlucken, weil die allesamt außer Schluckspecht ein bisschen zu, na, Niveau frei sind, sagen wir es mal so. Oh, richtig. Das war eigentlich richtig. Ja, und Swallow, ne? Also ist so ein Film, da schluckt irgendwer irgendwas, oder? Ja, das wäre die Prämisse des Films reduziert auf zwei, drei Wörter. Eigentlich, wenn ich das ein bisschen ausführen darf, es geht um die Verkäuferin namens Hunter, gespielt von Hayley Bennett, die es eigentlich geschafft hat, denn sie hat einen vermögenden, adretten jungen Mann kennengelernt und diesen auch geheiratet. Dieser junge Mann heißt Richie, schöner Name für einen reichen Mann, wie ich finde, und Hunter hat eigentlich nur noch eine Aufgabe in ihrem Leben, nämlich, dass sie halt eben Richies Ehefrau ist. Das heißt, während Richie irgendwie unterwegs ist und Geld verdient, hockt sie halt in dieser sehr noblen Behausung der beiden und, ja, ich würde sagen, langweilt sich und beginnt dann eines Tages einfach mal so eine Murmel zu verschlucken. Und daraus wird dann, ja, eine Art Zwang und es gibt sogar eine Bezeichnung nämlich dafür, das heißt Pika-Syndrom, äh, Pika für Elster. Und Hayley fängt dann an, immer mehr Sachen zu verschlucken, die man nicht verschlucken sollte, zum Beispiel, äh, Nadeln oder auch eine ganze Batterie. Und, naja, das wird halt nach und nach zum Problem. Ey, das ist wirklich super unangenehm, gell? Ja, ich hab den Trailer vorher gesehen gehabt und mir schon so gedacht, oh, das ist aber irgendwie, ah, nee, lass das mal, äh, und irgendwie hab ich auch genau das gekriegt von einer Frau, von der ich übrigens ursprünglich dachte, sie würde gespielt von Jennifer Lawrence. Ah, okay. Ist sie gar nicht. Es gibt schon... Es gibt Ähnlichkeiten, ja, doch, ja, doch, 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 ja, da kann ich verstehen. Also diese Vorstellung, dass ich da so eine Batterie schlucke oder irgendwas extrem Spitzes oder so, ich mein, jeder von uns hat schon mal irgendwie aus Versehen irgendwas verschluckt oder so. Ich weiß noch, ich hab mal so eine, mit dem Mund so eine Bonbon-Tüte aufgerissen, so eine Plastiktüte, wo so Hustenbomben drin waren, hab da diesen abgerissenen Teil verschluckt. Das war irgendwie blöd. Aber, ähm, also, das natürlich, sag ich, also es ist ja auch kein, es ist ja kein Fetisch, ist es eine Krankheit, eine psychische Störung, was ist das? Äh, also, es ist, glaube ich, eine Zwangsstörung, laut Wikipedia. Und Wikipedia lügt ja nicht, ne, also... Auf jeden Fall, Wikipedia ist die beste Quelle. Sie hat ja mehr als nur dieses Problem. Das ist ja eigentlich nur eine Ausprägung der Probleme, die sie hat. Die ist ja auch in irgendeiner Form, und das wird recht schnell deutlich im Film, die ist ja irgendwie auch, das ist ja irgendeine Form von Depression auch. Die ist ja, wenn man so will, in einem Korsett gefangen, in das sie ja irgendwie so reingerutscht ist, könnte man fast meinen. Sie hat ja auch diesen, sagen wir mal, gar nicht so einfach zu handelnden Ehemann. Ja, das stimmt, ähm, sie tat, sie tat mir auch wirklich leid, weil, äh, und das hat diese Hayley Bennett auch großartig gespielt, weil sie sagt ja eigentlich nicht, was ihr Problem ist, aber wir als, äh, zu sehr erkennen relativ schnell, dass sie halt so diese Gefangene im goldenen Käfig ist. Weil eigentlich hat sie ja alles, und sie kommt ja auch eher aus einfachen Verhältnissen, ist jetzt eben durch diese Hochzeit aufgestiegen in die, ich nenne es mal High Society, aber das macht sie halt nicht glücklich. Und dazu kommt ja noch, dass sie dann auch schwanger wird, und ich sag mal so, Freude über Nachwuchs sieht anders aus, ne? Ja, auf jeden Fall, ey, das ist natürlich so, ich bin da so wirklich empathisch voll mitgegangen in diesem Film, aus genau diesen zwei Gründen. Zum einen eben, weil ich mir dachte, Alter, schluck das nicht, das ist unangenehm, lass das, hm, das ist wirklich unangenehm zu gucken, und das war auch voll Absicht, und deswegen war das auch voll gut. Und das, wenn du halt, sag ich mal, diese Störung nicht hast, dann willst du das nicht sehen, du willst auch niemanden sehen, der das schluckt, so wirklich auch ästhetisch das dargestellt ist in dem Film. Das ist ja letztlich, bis auf den Moment der Entnahme, zu keinem Zeitpunkt unangenehm. Klar, sie röchelt manchmal ein bisschen und sie wirkt ein bisschen, aber ich sehe selten, finde ich, zumindest unästhetisch präsentierte Kotze oder irgendwelche Verschleißspuren im Rachen oder im Hals oder so, das wird uns eher so gespart. Der eine Grund, warum ich da wirklich empathisch mitgegangen bin, und der andere natürlich diese Schwangerschaftsthematik, wo ich mir echt dachte, ey, Alter, reiß dich doch mal zusammen, Junge, da ist ein Kind in dir. Okay, entweder du willst es oder du willst es nicht, aber zu dem Zeitpunkt denkt man ja, sie möchte das Kind unbedingt haben und behalten. Und dann, spätestens wäre das doch echt ein Grund, sich mal zusammenzureißen, vielleicht mal jetzt ein paar Monate drauf zu verzichten, so schwer das ist, wie ich auch immer nicht nachvollziehen kann, wie Frauen Kette rauchen können, wenn sie ein Kind haben. Das ist so, das waren so die Punkte, wo ich echt so, da war ich involviert irgendwie. Was ich halt toll fand, und da möchte ich mal den Regisseur und Drehbuchautor loben, der heißt übrigens Carlo Mirabella Davis, der inszeniert diesen Film. Sehr edel, finde ich. Also, es ist alles sehr hochglanzmäßig inszeniert, auch wenn sie so Sachen schluckt, selbst wenn das irgendwie halt dreckige Murmeln sind oder so. Das erhöht aber nur diesen, ich würde nicht sagen Ekelfaktor, sondern diesen Schockfaktor, den das Ganze hat. Also, weil es ist jetzt nicht so inszeniert nach dem Motto so, jetzt schluckt sie das, sondern es ist so ganz elegant, nimmt sie das Ding und schluckt es runter. Und das ist so, das erhöht diesen Schockfaktor noch ein bisschen, zumindest für mich. Ja, ich habe mich dann teilweise auch gefragt, woher die das eigentlich kann. Dieses Edle spiegelt sich ja nicht nur in der kompletten Kameraarbeit wieder, ja, auch in der Beleuchtung und so. Da kommt das wirklich, also gerade alles, was im Haus spielt, soviel sagen wir mal gesagt, ist halt wirklich edel inszeniert. Diese Welt, in die sie hineintaucht, die auch eine andere ist als die Außenwelt, die wir auch kennenlernen, die auch anders dargestellt wird. Und habe ich mich tatsächlich gefragt, sie selbst scheint ja, das hat sie gesagt, irgendwie im Verkauf tätig gewesen zu sein. Und ist vielleicht jetzt auch niemand, der jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die einen Universitätsabschluss hat oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Sie ist da jetzt in eine Welt gekommen, in der sie vor allem das gute Hausmütterchen geben muss und halt Kind und Ehemann bügeln und ja auch bitte alles richtig bügeln und dabei nichts kaputt machen, indem man falsch bügelt. Aber so dieses Inneneinrichten und das ist ja was, worauf auch Wert gelegt wird, wenn man glaube ich, also der Mann legt da ganz sicher Wert drauf, um das einfach alles so schön zu haben. Das muss man doch können, wächst man da rein? Ich weiß nicht, fandst du das glaubhaft? Ich weiß es nicht, aber ich sag mal, wo die Liebe hinfällt, es kann ja durchaus sein, dass sie haben sich zufällig irgendwo getroffen, ja, er hat bei ihr irgendwas gekauft und dann kommt man ins Gespräch und es ging immer so weiter. Also das fand ich jetzt, es war mir ehrlich gesagt egal, das hat mich jetzt nicht so gekümmert. Also wie sie sich kennengelernt haben und so, das fand ich jetzt nicht so wichtig. Habe ich mir ehrlich gesagt auch nicht so diesen Gedanken drum gemacht. Klar, klar. Er hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Screentime vertragen können, oder? Ja, wobei, der Film ist halt wirklich komplett auf sich fokussiert und ich hatte das Gefühl nach einer Zeit, dass man als Zuschauer auch irgendwie so die Welt so aus ihrer Perspektive wahrnehmen soll. Und da er ja sehr beschäftigt war, glaube ich, war es gut, dass er nicht so oft da war. Ich glaube, das sollte ja nochmal ihre Einsamkeit ein bisschen erhöhen. Denn es gibt ja wirklich Momente, das sollte man mal, also kleiner Minispoiler, es kommt so auf der Mitte des Films halt raus, also er erfährt die Familie, dass er halt Sachen schluckt. Und dann werden halt so ein Security-Typ ihr an die Seite gestellt, der sie halt abtastet, bevor sie aufs Klo geht. Und ich hatte teilweise auch das Gefühl, dass sie mit diesem Security-Typen mehr interagieren, als mit ihrem Ehemann. Und das erhöht nochmal diese Einsamkeit. Und was ich auch noch, das will ich auch noch ansprechen, das hat mich wirklich beeindruckt, es gibt relativ zu Beginn des Films, wo man schon merkt, okay, dieser Film nimmt Züge an, die sehr unangenehm werden und die auch sehr körperlich werden. Dann gibt es eine Szene, da sieht man, wie sie sich was zu essen macht und ich glaube, es ist Ketchup oder so, aus so einer Squeezetube so auf den Teller tut. Und das war so komisch, also allein dieses Geräusch, wenn dieser Ketchup aus dieser Squeezetube so, ja, das irgendwie, war das abartig irgendwie, ganz seltsam. Also ich meine, jeder kennt das, jeder hat mal schon mal Ketchup aus einer Plastiktube irgendwie auf den Teller getan, ja. Und man kennt dieses Geräusch, aber im Kontext zu dem, was der Film davor und danach zeigt, wirkte das total widerlich. Das hat mich sehr beeindruckt. Cooles Sounddesign, ja, generell ein Film, der im Sound und in der Optik wirklich durchdesignt ist, durch und durch, finde ich schon. Und es wirkt auch, es entfaltet, bei mir hat es die Wirkung entfaltet, die es wahrscheinlich auch entfalten sollte. Es hat schon wirklich sehr gut funktioniert, ich überlege gerade, ob es hier noch Punkte gibt, die mir noch aufgefallen sind, außer dass ich mega neidisch bin auf das komplette Haus und so. Es ist schon absolut geil und pui. Aber eine Frage hätte ich an dich. Ja? In welche Genre-Kategorie würdest du diesen Film setzen? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist ja nicht nur Horror, es ist eigentlich gar kein Horror, wenn überhaupt, es ist Thriller. Mhm. Mit Drama-Aspekten auf jeden Fall. Ja, also ich würde ihn wirklich so als, also ich finde, er hat schon was Horrormäßiges. Also das Horror würde ich ihm nicht abschlagen wollen, aber es ist halt eben auch ein Drama. Und natürlich auch so, es geht ja auch so ein bisschen um das Patriarch. Weil der Ehemann sagt ja schon ganz deutlich, dass er schon so der Hausherr ist und dann gibt's noch seinen Vater, der übrigens gespielt wird von David Rasche. Da muss ich immer an Sledgehammer denken. Ältere Semester werden die diese tolle Serie noch kennen. Ähm, und die Frauen werden ja immer so ein bisschen untergebuttert. Jetzt nicht so richtig mit der Faust, ne, sich falsch verstehen, aber es herrscht da schon ein sehr klares Patriarch. Und was ich auch sehr deutlich finde, ist, als dann herauskommt, dass sie dieses Pika-Syndrom hat, dass der Mann sich zwar Sorgen um sie macht, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, er macht sich halt mehr Sorgen um das Kind, um seinen Nachfolger. Ja, das wird ja irgendwann auch relativ deutlich, dass sie für ihn nur so eine Art Werkzeug- beziehungsweise Service-Gehilfin ist. Das muss man schon noch sagen. Das sehe ich genauso wie du. Gerade auch dieses Runterbuttern von Frauen, was du ja immer noch angesprochen hattest. Ich finde, das hat mich so ein bisschen überrascht bei der Mutter von ihm, gespielt von Elizabeth Marvel. Die Frau kannte ich aus House of Cards. Die war in den ersten Staffeln vertreten, war da eine mächtige, starke Frau. Sehr beeindruckend und plötzlich hier in einer Position, wo sie sich, keine Ahnung, die macht dann Smoothies mit ihr und hat eben so diese Hausfrau. Das war für mich ein klarer Bruch zu der einen Rolle, die ich mit ihr halt kannte und hatte auch so diesen Eindruck, okay, da haben die Frauen auf jeden Fall eine andere Stellung in der Wertekonstrukt der Männer, als ich das so kenne von der. Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, das haben wir noch gar nicht angesprochen, wenn sie halt so Sachen schluckt und sie dann wieder ausscheidet, dann wäscht sie die ja und stellt sie auf so ein Tablett. Und dann habe ich mir überlegt, was macht sie denn die ganze Zeit zu Hause, außer da rumsitzen, ab und zu was schlucken. Sie macht halt nichts. Sie zockt. Sie zockt, genau. Ja, dass das sowas wie ihre Trophäen sind. Sie ist stolz auf das Tag. Genau, sie ist stolz. Sie ist stolz darauf, dass sie jetzt diese Morbel und diese Batterie geschluckt hat und das hat mir auch irgendwie leid getan. Also sie tat mir... Das sagt sie doch auch, oder? Das sagt sie auch, nachdem sie das erste Mal was geschluckt hat, ist sie so ein bisschen happy, dass sie mal was Neues gewagt hat, weil das an diesem einen Ratgeber drin stand. Ja, das stimmt. Ach. Aber ein hochgradig interessanter Film. Wobei ich mich auch frage, ganz ehrlich, für wen ist dieser Film? Weil ich glaube, dem Film ging ja so dieser Ruf voraus, dass es so ein Ekelschocker ist. Und ja, es ist unangenehm, ihn zu gucken, also manche Szenen, aber er hat jetzt nicht dieses so, guck mal, wie krass. Ja, das ist es nicht. Also ich glaube ganz ehrlich, dass es für den Film vielleicht schwer wird, ein Publikum zu finden. Könnte schon sein. Er geht halt einfach auch so ein bisschen jetzt unter. Er kommt als Heimkinostart in Deutschland raus und da ist er einfach einer von ganz vielen, die da aktuell auf uns eintrommeln. Allein schon auch, was da aktuell Netflix in sicherlich auch eine ähnlich budgetgelagerten Riege da noch rausbringt gerade. Da ist so viel dabei, da könnte das schon sein, wenn Hayley Bennett da jetzt nicht absolut die Zugwirkung noch entfaltet. Könnte es schwer werden, da hast du recht. Aber wir haben ihn ja jetzt deutlich gelobt. Also ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass wir so ungefähr eine Meinung haben und ich würde schon den sehr empfehlen. Du würdest ihn sehr empfehlen und damit wie viele Punkte geben? Aber bei sehr empfehlen ist jetzt auch schwierig. Eben. Ich würde jetzt erstmal nur dreieinhalb Punkte geben. Ich habe ihn vor fünf, sechs Tagen jetzt gesehen und er wirkt nach, aber ich glaube, dass es ein Film ist, der wird bei der Zweitsichtung nochmal dazugewinnen. Und deswegen gebe ich jetzt erstmal nur dreieinhalb verschluckte Batterien. Eigentlich hätte ich auch vor, dreieinhalb Punkte zu geben oder dreieinhalb verschluckte Batterien. Jedoch muss ich sagen, so im Nachhinein, das hat mich schon, das hat irgendwas in mir gekitzelt. Ich gucke solche Filme nicht so oft vielleicht wie du, ich habe auch generell weniger einfach Expertise in so Filmdingen wie du. Und deswegen glaube ich, gebe ich einfach einen halben Punkt mehr, weil mich hat das schon beeindruckt irgendwie. Ich kann eben was abgewinnen, auch wenn andere Leute sicherlich diesen, sage ich mal, dieses unangenehme Gefühl, das sich beim Schauen entwickelt, auch falsch interpretieren würden und da irgendwie dann Abzüge für geben könnten. Keine Ahnung. Ich persönlich gebe da jetzt einfach mal die vier, weil ich auch finde, dass die Heidi das super macht. Und das ist einfach ein bedrückendes Gefühl, der wirkt ein bisschen nach. Das Ende, da kannst du vielleicht noch zwei Worte dazu sagen, ich werde es nicht spoilern. Ich weiß nicht so genau, ob ich das Ende so gut finde. Die Aufklärung und was dann passiert und wo das passiert und mit wem das passiert und so. Ich weiß nicht, ob ich das nicht ein bisschen easy finde. Ja, ist halt so. Keine Ahnung. Ja, vielleicht liegt es auch am Ende, dass ich jetzt keine vier Punkte gebe, weil ich finde, wenn wir dann erfahren, wo sie wirklich herkommt, was so ihre Familiengeschichte ist. Das finde ich ist so wieder dieses typische Ja, weil du halt eben eine schwere Kindheit hattest. Ja, deswegen machst du halt diese komischen Dinge. Das stimmt wahrscheinlich oft auch so. Also viele Leute, die halt eine problematische Kindheit haben, haben als Erwachsene dann auch ein paar Probleme zu schleppen. Aber es ist halt eben nicht die Universal-Lösung. Und vielleicht hätte ich das sogar ganz gut gefunden, wenn sie das einfach im Dunkeln gelassen hätten. Vielleicht wäre das wirklich besser gewesen, genau. Super. Das schlucke ich jetzt mal runter. Und danke dir vielmals für unsere Besprechungs-Doo. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Lass krachen. Tschö. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Wir besprechen heute den Film Hoax. Und mit wir meine ich einmal Torben. Moin. Hoi. Und mich Till. Grüße euch. Hi. So. Das ist ein Tiberius-Film. Den Rest wird euch Torben gleich erklären. Das Ganze hat keinen Kinostart. So viel vorweg. Schieß los. Worum geht's? Wer macht mit? Wann kommt er? Also, Hoax, die Bigfoot-Verschwörung. Das ist eine Direct-DVD-Produktion wohl und kommt am 3. Dezember diesen Jahres auf die Presse. Ist im Bereich des Horror-Genres angesiedelt. Geht mit einer Stunde 36. Also Standardfilm. FSK 18, würde ich mal sagen. Also es geht gut geschnetzelt. Und worum geht's? Wir sehen am Anfang eine junge Gruppe von, ja, den üblichen The Cabin in the Woods Klischee-Charaktern, die saufen und vögeln und kurz darauf mitten in der Nacht von einem, ja, undefinierten Ed-Buzz ziemlich schnell dahingerafft werden. Kurz darauf fünf, sechs Jugendliche werden vermisst und eine Gruppe, die sich diesem mysteriösen Vorkommnis stellen will, wird zusammengestellt, um zu schauen, ja, was ist da passiert. Denn dann vermutet man ein großes Ding, eine große Story, nämlich den Mythos des Bigfoot zu entlarven. Das ist es. Ja, und dann kriegen wir so eine Standard-Erwachsenen-Gruppe sucht etwas, würde ich sagen, so relativ klassisch. Man hat jeden Typ vertreten eigentlich, ne? Ja. Man hat das Püppchen, sag ich jetzt mal, das Blondchen, was dabei ist, nicht so schlau, also das kommt nicht von mir jetzt. Es ist wirklich so, ja. Das ist dargestellt. Hat natürlich ein Alkoholproblem und dann haben wir den Ex-Marine und dann, ach, wir haben sie alle. Dann haben wir diesen kleinen Geek, beziehungsweise so dieser Forscher, der so, ja, den alle so ein bisschen für schräg halten, der schon seit, was weiß ich, 1975 oder so ist, auf der Jagd oder auf der Suche nach Bigfoot ist, ja. Du hast auch den geldgeilen Reporter, also beziehungsweise opportunistisch karrieregeilen Reporter, der das ganze Lust tritt, der dahinter den Riesenfang des Jahres irgendwie versprüht und glaubt, das gibt seiner Karriere einen richtigen Push. Du hast ja auch schon die Klischee-Charaktere am Anfang, die da abgefeiert werden. Der Klassiker, ein Schrei ertönt, ein Kerl trennt sich von seiner Freundin, die da gerade am Rummachen sind. Das ist immer die beste Idee, sich direkt zu trennen, wenn, äh, in einem Horrorfilm. Du hast den Drogen-Junkie, du hast irgendwie den, den Streber, die Jungfrau, also witzigerweise die sämtlichen Genussmitteln entsagt, also wirklich Cabin in the Woods-Style. Ja, das stimmt. Und die dann verschwunden ist und, ja, der Film spielt mit der Prämisse, dass er so manchen Twist bereits hält. Zu denen wollen wir gleich noch kommen, im Spoiler-Bereich. Das stimmt, das stimmt, am Ende kurz, ja. Ja, er geizt nicht mit, in der Tat, ein paar witzigen Wendungen, die es dann doch ein bisschen unterhaltsamer machen, das Ganze. Das hat mich tatsächlich auch überrascht. Ich hab dir, ich hab ja gestern irgendwie, da war ich so bei drei Viertel des Films, hatte ich dir ja schon geschrieben, was ich so davon halte. Ja. Dann ging's aber noch weiter, direkt und dann, ja, dazu kommen wir später. Was ich noch gesehen habe, tatsächlich am Anfang die Frau mit dem Schimpansen in der Tierklinik. Das ist, ähm, Adrienne Barbeau, die, ähm, kennt man von früher aus ein paar Carpenter-Filmen. Ah. Escape from New York und The Fog und in Argo war sie auch mit dabei. Da weiß ich nicht, wen sie gespielt hat. Genau. Aber die ist wahrscheinlich zu teuer für Tiberius, ähm, jetzt noch zu teuer und die hatte drei Minuten. Aber der eine oder andere kennt sie dann wahrscheinlich. Für die, für Freunde anderen Franchises aus dem Science-Fiction-Bereich ist Ben Broder, der den karrieregeilen Leiter der zweiten Expedition spielt, wahrscheinlich ein Begriff. Als Cameron Mitchell aus der Serie Stargate SG1, als, ja, damaliger Nachfolger, als Richard Dean Anderson, als Colonel O'Neill ausgeschieden ist, hat er quasi das Team weitergeleitet. Und. Ach ja, ich meine, hab ich nie richtig verfolgt, war ich nie Fan, stimmt, aber das Gesicht. Mhm. Er hat da sich so eine, er hat da einen gewissen Bekanntenkreis, also so eine eingesporene Fangemeinde, zu der auch ich gehöre, die Stargate damals sehr gern geguckt hat. Und daher kennt man ihn auch. Genau. Ja, sehr schön. Ja, dann haben wir, wir haben quasi, es ist natürlich, Tiberius, wer Tiberius kennt, weiß, was er bekommt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Filmeschmiede, die den Super-Hollywood-High-Budget-Film produziert. Aber, ja, man, man wird nicht enttäuscht, wenn man sieht, dass es von Tiberius ist. Und das hat auch seine eingefleischte Fangemeinde, die Art von Film, die Filmschmiede an sich. Und, ja, du hast ja schon gesagt, am Anfang geht's schon direkt los. Man weiß direkt, worum es geht, was los ist. Vor allem hat man den typischen Jason-Tode, so, wer Sex hat, stirbt. Das ist, ähm, das ist Gesetz und das ist auch hier nicht anders. Und dann verfolgen sie diese, den Bigfoot mit viel im dunklen Wald. Das war ein bisschen unübersichtlich, wie ich fand. Ja, nicht nur, wer Sex hat. Man muss dazu sagen, wer Alkohol und sonstige Rauschmittel konsumierend ist, auch dem Untergang geweiht. Da gibt's gar keine, selbst wenn man Pseudowissenschaftler ist und einfach nur die, die, die Chipkarte von der Überwachungskamera, äh, auswechseln will. Alles gut, was macht der Typ? Er steckt sich einen Joint in den Hals und ist direkt weg. Also wirklich so. Das war's. Ja, stimmt. Ja, voller Klischees. Also auch, der Marine ist auch halt, ja, der Marine ist halt auch so ganz, ganz klassisch. Der könnte tatsächlich auch in so, so einem, was weiß ich, Fast and Furious oder, oder G.I. Joe, ähm, Film mit dabei sein. Der ist halt zu 100 Prozent das, was man von einem Ex-Marine erwartet. Ja, wortkarg, sehr mürrisch, leicht zynisch. Ihm geht alles so ein bisschen am Arsch vorbei. Später entdeckt er ja noch, dass er sogar einen Kollegen in dieser Truppe hat, der auch ein Kriegsveteran ist. Ja. Ja, und was erwartet uns noch? Eigentlich, boah, naja, es ist, sie machen immer wieder ihre Expeditionen hier und da wird dann halt gestorben. Auch schön saftig blutig, mal besser, mal weniger schlecht. Genau, das ist das, worauf es ja den meisten ankommt. Und, ähm, es sah, also, es platschte mal so ein bisschen Blut gegen einen weißen Hubschrauber. Das war sehr Ketchup-lastig vom Look her. Und alles, wenn hier mal so irgendwie der Kopf versucht wird abzureißen oder Sonstiges, wenn da die Därme irgendwo rumhängen, wenn es nicht mal tatsächlich irgendwie Schweinedärme waren tatsächlich. Das sah alles dann schon ganz gut aus. Es ist eine wilde Mischung. Mhm. Tatsächlich, der offene Bruch zum Beispiel, um da gleich mal klarzumachen, was der Film von einem will. Gutes Stichwort. Unabhängig davon, unabhängig davon, dass ich in einem medizinischen Bereich arbeite, fällt es, muss jedem auffallen, wenn sie voller Blut ist, ist es ein offener Bruch, Riesenwunde und die Ärztin, also Tierärztin, aber ich meine, die behandelt auch sowas, sagt, Gott sei Dank sind keine Arterien und keine Venen betroffen. Alles voller Blut, alles voller Blut, super gefährliche Wunde und es ist wirklich sehr stumpf, muss ich einfach sagen. Irgendwie kurz Zeit später wird es zugepumpt mit Schmerzmitteln und sitzt da wieder auf ihrem Stuhl und fleißig am Rauchen. Boah, das ist echt, also es ist harter Tobak. Lass die da alles da reinballern, ey, wirklich, der eine Spritze nach der anderen in die Venen gejagt. Das ist echt, ja, aber er versucht ja auch nicht schlau zu sein, der Film. Ne, um Gottes Willen, das ist genau das Ding, was man sich am Freitagabend, weiß ich jetzt nicht, ob für einen Schlefatz wäre es vielleicht noch eine Spur zu edel, weil Schlefatz ist schon die Creme de la Creme des Trashs. Schlefatz brauchst du echt was anderes noch, dass die Vulkanspinnen oder Magmaspiders oder sowas. Ja, sowieso, aber der Film, also du kriegst, was du erwartest, wenn du den Trailer siehst, erwartest du keinen hochintelligenten Verschwörungsfilm, der da mit irgendwelchen Sachen spielt, sondern du kriegst einfach einen stumpfen Horrorfilm, der aber richtig Spaß macht. Also ich habe mich nicht gelangweilt, die über anderthalb Stunden, die haben mich gut unterhalten. Ja, ich habe mich vielleicht ein bisschen mehr gelangweilt, aber ja, das machen wir, das machen wir am Ende. Und ich würde tatsächlich einfach sagen, der geht 90 Minuten, er ist, was er ist, man kriegt, was man bekommt, es ist ein Trash-Film, wieder keinen Schlefatz hast du schon gesagt. Wollen wir kurz, weil dann wird es kurz noch 5 Minuten interessant, zu unserer kleinen Wendung kommen. Jetzt schon? Okay. Oder wollen wir erst Fazit machen? Machen wir erst mal Fazit, dann habt ihr diejenigen, die einen Spoiler-Bereich haben wollen, dann haben wir auch eine große Abgrenzung. Das denke ich auch. Ja, hau raus. Ein guter, sich leicht flüssig wegguckender Horrorfilm, der genau das bietet, was man erwartet, exakt für einen schönen Abend, im besten Fall auf die schönste Art, wie man Filme nun mal guckt, mit Bier und Freunden. Ja. Und ja, was gebe ich, ein wohlwollende 3 vom 5, sag ich jetzt mal Bratpfannen, warum Bratpfannen, guck mal noch am Ende. Ja, ja, stimmt, sehr gut, ja. Das ist mein Trash-Filmherz, also Brat, ich hatte schon Spaß dabei gehabt, auf jeden Fall. Ja, das ist doch schön. Ich, ähm, ja, ich hab mir schon gedacht, was auf mich zukommt, weil ich hatte vor ein paar Monaten Schalt schon mal einen Tibirus-Film sprechen können. Privat gucke ich die eher selten. Ja, ich gehe tatsächlich nur so auf 2 von 5, also anderthalb bis 2 von 5. Es ist schon, weil es war für mich schon relativ langweilig zwischendurch und auch, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen geileren Soundtrack hätte es vielleicht funktioniert, weil die haben versucht, einen subtilen Soundtrack zu schaffen, der für mich leider nicht gewirkt hat. Ja, aber wie der Film schon sagt, the truth can kill, ähm, das ist alles, was man braucht. Und dann machen wir hier Feierabend für die, die nicht gespoilert werden wollen, ist jetzt hier Schluss. Und dann gehen wir, dann werden wir jetzt noch spoilern, weil dann wird es tatsächlich noch mal ganz interessant, ähm, mit so einer, ist mehr oder weniger Doppelwendung. Ähm, willst du kurz erzählen, was passiert, wenn sie, wenn der Rest, der übrig bleibt, flüchtet in den Wald? Sehr gern. Wir hatten ja kurz bei der Zusammenfassung von der ersten jugendlichen Gruppe gesprochen, die gleich in den ersten 5 Minuten weggeschnetzelt wird. Alle sterben, bis auf die Jungfrau, also die vermeintliche Jungfrau, die ist verschwunden und was mit ihr passiert, erfahren wir ab da, wo die Gruppe eben sich in einen, ja, sich in einen, ja, was ist es, verlassener Bungalow, vermeintlich verlassener Bungalow zurückzieht, das, was noch übrig ist, beziehungsweise wird dahin verschleppt. Und da nimmt der Film so einen kleinen Wrong-Turn-Vibe ein, wo eine, ich vermute mal, inzestiöse, auf jeden Fall kannibalistisch veranlagte Familie sich, ja, einen Spaß draus zu machen, sich ein Bigfoot-Kostüm anzuziehen und sich von, ich sag jetzt mal, Touristen und deren Hab und Wut zu ernähren und sich daran gütlich zu tun, auf teilweise sehr makabere Weise. Erstmal schön filetiert am Bein. Ja, schön mit einer elektrischen Verflügelschere, so ein paar Schichten erstmal weniger. Wir erfahren dann noch von der Jungfrau, was aus ihr geworden ist, sie ist tot, wurde ein bisschen präpariert und darf als, ja, ich sag jetzt mal böse, Liebesspielzeug herhalten. Also ein bisschen Necrophilie schwimmt da auch mit, während Frau Mama eben in besagter Bratpfanne, die ich eben für die Bewertung genommen habe, hier das Fleisch eben wie Bacon brät und es dann zum Essen servieren will. Und die zur Liebespuppe entmenschlichte Überlebende des ersten Jugendtrupps, sag ich mal, hat eine Verbindung mit dem letzten überlebenden männlichen Protagonisten, der eben gerade am Bein filetiert wird. Ist das so? Ist der doch zu hoch für mich? Ich dachte, das wäre so. Also er kriegt ja irgendwie, er sieht das, was da abgeht, dass dieser kranke Typ da, dieser degenerierte Bastard, was er ja wirklich nun mal ist, so ein Walzer tanzt mit ihr und er rascht da komplett aus und rafft so seine letzten Lebensenergie nochmal zusammen und will halt an dieses Messer oder was es ist drankommen, aber wird dann kurz darauf eben vom, ja, daran gehindert, indem er halt vorher umgebracht wird, wo man noch denken könnte, okay, jetzt, äh, dafür reicht's noch, aber dann doch nicht. Ja, nee, richtig, ja, 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 genau. Das stimmt. Ja, und dann entkommt unsere nette Dame, weil... Genau, die auch gefesselt war. Genau, sie kommt, natürlich befreit sie sich hinterher ganz heimlich, ganz klassisch, äh, befummelt sie hinten rum und befreiht sich natürlich von den, fesseln, schnappt sich die Bratpfanne, ne, erst kippt sie den schönen, riesigen Gemüsepott, drei Liter kochende Suppe, ähm, der, der bösen Mama entgegen und dann, ähm, haut sie den anderen mit der Bratpfanne um, flieht mit dem, äh, Auto, das ist natürlich... Um, sie zermatscht ihr regelrecht die Birne, nachdem sie ihr Bratfett in die Fresse geballert hat. Ja, stimmt, da hat man noch die klassische Ansicht von ihr, wie sie auf den Kopf schlägt, ohne dass man den Kopf sieht, so ganz, ganz typisch, genau, und dann, ja, flieht sie mit einem Geländewagen, sehr modern, weil sie baut natürlich einen Crash, weil einer der Degenerierten, ähm, den, den fährt so um, macht dann, baut dann einen Unfall und dann ist es wie, ähm, bei, stopp langsam vier mit diesem automatischen Notruf, der sich da einschaltet. Ja, es ist ein bisschen, also, da hat sie das alles überlebt, ist buchstäblich die letzte Überlebende, hat dann noch so eine Kannibalengruppe am Hals und wickelt sich dann erstmal um den Baum mit dem Ding, super. Ja, ganz genau. Und dann ist der Film doch noch nicht zu Ende. Wobei ich nicht weiß, ob die, also sie hat ja nochmal eine, sie wacht auf und dann stürmt ja nochmal die Mama von den, von den Kannibalen so auf sie los, ist das eine Halluzination oder glaubst du, die Alde hat's nochmal geschafft? Ich glaub's nämlich nicht, so wie die eher den Schädel zermatscht hat. Ich glaub, das war wirklich nur eine Halluzination, um dem Film nochmal so einen ungewollt, äh, komischen Schockeffekt zu geben. Ja, das kann sein. Was Typisches für solche Filme. Das kann sein, ja. Da wären wir wie bei diesem, was ist, Jason, Out of the Water. Genau. Wie Ding. Na klar, das kann auch sein. Es ist ja erst nicht allzu tiefgründig und dann wird in den Wald geflohen und dann kommt noch diese andere, es gibt Bigfoot tatsächlich Twist. Ja. Weil das, das sieht man dann ganz klar, das ist, ähm, kein Kostüm, der sieht auch irgendwie ganz cool aus, muss ich ja sagen. Deine ist ganz schick. Da haben sie sich wahrscheinlich ein bisschen vom Spiel inspirieren lassen. Es gibt ja auf Steam auch ein Bigfoot Hound Game, wo man ähnlich verfährt, du bist irgendwie im Wald, es ist scheiße, duster, es ist, äh, es ist zappenkalt und du musst ihn auch tracken, du musst ihn fangen und im besten Falle eben, ja, tot oder lebendig seine Existenz beweisen. Genau. Und das, ich glaub, da haben sie sich ein bisschen dran orientiert. Also es gab so Sachen, da hab ich mich an diverse Let's Plays, wo ich das mal gesehen habe, zurückgeinnert gefühlt. Ja, ja, das kann auf jeden Fall gut sein. Das sah nicht schlecht aus, dann watscht die riesige, oder, also ich find, die Hand ist tatsächlich relativ klein, aber es ist ja Bigfoot und nicht Big Hand, ähm, über den Bildschirm und lässt, hinterlässt ein paar blutige Kratzspuren auf, ähm, der Mattscheibe. Und der Film ist vorbei. Genau. Wahnsinn. So sieht's aus. Ja. Genau. Wird seine Anhänger haben und finden. Ähm, ich hab, ähm, in tiefer Recherche grad eben nochmal geguckt, er ist halt tatsächlich uncut ab 18, dann erhältlich. Wenn man sich so einen schon holt, dann muss er uncut sein, ähm. Auf jeden Fall. Ähm, mit einem tatsächlich geilen Cover. Falls jemand tatsächlich interessiert ist, das Cover sieht echt cool aus, das gefällt mir gut. Ja. Da haben wir's. Da hat der gute Regisseur Matt Allen, der zweite, doch ein, doch ein schönes Filmchen uns abgeliefert, mit dem man mal einen Abend so zwei Stunden investieren kann. Mehr hat er auch nicht gemacht. Erstlingswerk. Ja. 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 Dann danke ich mich, Till, bei dir. Ich ebenso. Danke mich bei den Zuhörern. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte. An jeden von denen Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne verlassen können auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die Bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie noch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate-Links zu nutzen, die Sie in den Show Notes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.